Das bedeutet, dass wir dem Europäischen Parlament die Unterlagen noch nicht zuschicken konnten und in der nächsten Woche dort keine Abstimmung stattfinden können und dass wir mit Ungarn und Polen als Ratspräsidentschaft weiter sprechen werden, was wir tun können, damit hier auch die Zustimmung ermöglicht wird. Also für mich ist das Wort Drohung in diesem Zusammenhang sowieso kein Wort. Wir haben die Pflicht zu versuchen, einen Weg zu finden, die Wichtigkeit liegt ja auf der Hand und ist klar sichtbar. Darum werden wir uns bemühen. Das gehört nicht zu den einfachen Problemen, die zu lösen sind. Das ist ein schon sehr ernsthaftes Problem, was wir zu lösen haben. Deshalb kann ich da jetzt auch nicht spekulieren. Ich kann nur sagen, wir werden hart und ernsthaft daran arbeiten. Das ist ein schon sehr ernsthaftes Problem. Das ist ein schon sehr ernsthaftes Problem. Das ist ein schon sehr ernsthaftes Problem.